Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle einig in diesem Haus, dass es eine gravierende Belastung der Menschen im Einzugsbereich des Flughafen Tegels gibt, dass dieser Zustand eigentlich untragbar ist und dass natürlich verständlich ist, dass viele Menschen stinksauer sind, weil Ihnen war versprochen worden, 2011 werdet ihr von jedem Fluglärm entlastet mit der Fertigstellung von BER. Und deshalb sage ich, die beste Entlastung wäre, den BER endlich fertigzustellen, damit dieses Versprechen eingelöst werden kann. Darüber werden wir ja anschließend noch diskutieren. Ich sage aber gleichzeitig, wenn ich mir diesen Antrag eingucke, ich stelle mir vor, die Opposition hätte ihn eingebracht. Das wäre toll gewesen, weil dann hätte die Koalition uns erklärt, dass es sich hierbei um einen Schaufensterantrag handelt. Sie hätte uns erklärt, dass der Senat ja seit 2013 schon diese Gespräche und diese Verhandlungen führt und zwar ergebnislos. Vielleicht handelt es sich dabei doch nicht um einen Schaufensterantrag, sondern um einen Misstrauensantrag gegen den Senat und gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden und das kann auch sein. Sie hätte uns erklärt, was Sie auch in Ihrem Antrag selbst schreiben, wie die Rechtslage ist und wie Sie auf die Idee kommen, das jetzt zur Gesellschaft der Angelegenheit zu machen. Was soll das bringen, frage ich. Was soll das bringen? Die Gesellschafter entscheiden das nicht. Sondern es ist eine Entscheidung von Air Berlin und von der Deutschen Post, die miteinander einen Vertrag haben. Ja, er hat es erzählt. Und was folgt daraus? Daraus folgt, dass dieser Antrag weiße Salbe ist für ein Problem, das Sie aus eigener Kraft nicht lösen können. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Und der Kollege Moritz hat auch schon darauf hingewiesen, dass der Senat von Berlin mit seiner Haltung dem Land Brandenburg in Sachen Nachtflug und Reduzierung der Belastungen bei Nachtflügen keinen Millimeter entgegengekommen ist. Natürlich hervorragende Voraussetzungen für ein Gespräch darüber geschaffen hat, wie man Belastungen von Tegel nach Schönefeld verlagern kann. Ich sage an dieser Stelle nur herzlichen Glückwunsch, toller Antrag, tolle Idee mit Brandenburg jetzt, nachdem man gesagt hat, wir reden mit euch über keine Entlastung im Bereich BER, darüber zu reden über Entlastungen im Bereich Tegel. Muss man sich vorher mal überlegen, wie man mit den Mitgesellschaftern umgeht und mit den gemeinsamen Belastungen, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich ja, wenn es gelingt, der Senat seine Verhandlungen weiterführt, die Belastungen gleichmäßiger zu verteilen, ist das in Ordnung. Ich sage aber auch gleichzeitig, ich fände es mal zielführend, mit der Deutschen Post darüber zu reden, ob Postflüge und um etwas anderes geht es nicht, das hat der Kollege Moritz ja klar dargestellt hat, ob Postflüge nicht auf die Schiene verlagert werden können. Im Zeitalter der elektronischen Kommunikation, sage ich, braucht man keine Luftpost, ob das Päckchen von Amazon einen Tag später ankommt, wo so und so nur der Benachrichtigungszettel im Briefkasten liegt und man anschließend zur Post oder sonst wo rennen muss, darauf kommt es nicht an, meine Damen und Herren. Das wäre mal eine Diskussion, das wäre eine Entlastung sowohl für Tegel als auch für Schönefeld. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.